Gute und Willkommen bei BBQ Culture und Willkommen im Jahr 2022 und hoffentlich in einem besseren Jahr als die letzten zwei Jahre. Bisschen mehr Normalität wünschen uns glaube ich alle. Ich wollte auf diesem Weg mal Danke sagen, euch als Community, ihr seid letztes Jahr wirklich schön gewachsen, ihr habt schöne Kommentare dagelassen, das freut mich immer wieder. Für das mache ich das Ganze. Wenn Leute sich über meine Rezepte freuen, wenn sie mal mir schreiben, wie das Rezept war, wenn sie es nachgemacht haben, das sind Momente für das mache ich das Ganze. Deswegen macht mir das Spaß. Und solange ich Spaß an dem Ganzen habe, mache ich das auch weiter. Also haut Kräftchen die Tasten, schreibt Kommentare, sagt mir wie ihr das Ganze fandet und dann bin ich auch weiterhin hier. Dann wollte ich auch Danke sagen an ein paar Sponsoren, zum Beispiel Geda Grill, die mir den Grill zur Verfügung gestellt haben. Damit konnte man natürlich ein paar andere Sachen machen als auf dem Kohlegrill und auf dem Gasgrill. Macht mega Spaß das Ding. Jetzt haben wir noch die Gewürze von Geda Grill da, die testen wir die nächsten Wochen, die werdet ihr auch nochmal sehen. Und ich muss auf jeden Fall ein Danke dalassen bei Barbecue Toro und Mahlzeit, die Marke. Die haben mich dieses Jahr auch mit verschiedenen Produkten unterstützt. Finde ich mega. Also wenn ihr hier solche Sachen seht, dann immer nur, wenn ich sie auch wirklich gut finde. Ich tue hier nichts anpreisen, was ich im Endeffekt scheiße finde. Ich bin ehrlich zu euch und ich hoffe, ihr seid auch immer ehrlich zu mir in den Kommentaren. Also wenn ihr hier was von mir seht, was ich hier zeige, ist immer kein Schrott. Schrott tue ich euch nie anpreisen. Ich werde auf jeden Fall hier weitermachen, solange es mir Spaß macht. Und wie gesagt, ihr könnt mich unterstützen dabei, indem ihr ein bisschen Kommentare schreibt, indem ihr einen Daumen nach oben dalasst und vielleicht auch, wenn ihr noch nicht gemacht habt, ein Abo dalasst. Das bringt mich immer ein bisschen weiter. Das bringt mir ein bisschen mehr Kommunikation mit euch. Auf jeden Fall macht mir das mehr Spaß dann. Und ich freue mich immer über Feedback. Das wisst ihr aber, kennt ihr ja schon, tue ich ja in jedem Video sagen. Wenn ihr vielleicht Lust habt, ein bisschen mehr Integration hier zu haben, dann sagt mir doch einfach mal in den Kommentaren, wenn ihr mal ein Rezept habt, das ihr hier gerne mal sehen würdet, irgendeine Rezeptidee oder sowas. Ich bin immer offen für sowas, immer offen für Neues. Ich bin immer auf der Suche nach Inspiration. Lasst es doch einfach mal da. Schreibt unten immer mal wieder in die Kommentare. Oder wenn ihr mal eine Frage habt, schreibt die rein. Dann machen wir irgendwann mal ein Q&A. Dann erfahrt ihr vielleicht auch ein Ticken mehr von mir. So, das war es auch schon wieder von mir. Heute mal nichts vom Grill. Alles aus diesmal. Gibt es demnächst mal wieder. Rezept ist ja schon wieder in der Mache. Also ihr habt schon wieder Futter, das kommt noch. Auf jeden Fall danke und ich freue mich auf ein neues Jahr mit euch. Auf ein erfolgreiches Jahr 2022. Und bleibt gesund, bleibt dran. Wir sehen uns und tschüss. Wir sehen uns und tschüss.